Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenn ich sie? Wer ist eine Schlampe? Es war die letzte Limo heute. Der Kramp hat mir auch gleich einen Kassensturz. Er hat es doch schon im Simi gesagt, dass es heute nicht mehr kommt. Bringst du mir einen Obstler? Im Ernst? Spatzl, du hast doch dein ganzes Leben noch nie einen Tropfen Alkohol drungen. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die ist beim Umherabend. Ich kann da auch einen Wodka bringen. Den riecht man nicht so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Mama ist heute nicht mehr und wie ist es eigentlich zu Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017